Hey! Ich muss irgendwie noch da rein. Oder ich möchte gerne irgendwie da rein. Kann ich da einfach eine Bombe drüber werfen? Würde das gehen? Eine Krabbelmine wäre wahrscheinlich auch gut, aber haben wir nicht. So, versuch mal, das da drüber zu werfen. Oh, cool. Und was jetzt? Da erscheint dort erstmal eine Kiste. Alles klar. Good to know. Och. Trifft aber trotzdem. Ähm. Ja, ich glaube, ich schwimme einfach mal zurück. Oder? Oder mache ich das? Was? Mache ich das? Dann könnte ich in den anderen Raum gehen. Ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll? Ich mach's einfach mal. Nein, 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 nein. Ach. Das wollte ich nicht. Das ist doch auch die einzige Schlüsseltür, die wir da gerade hatten, ne? Ich meine schon, weil im ersten Raum sind ja nur Gitterstäbe davor und das ist ja keine Schlüsseltür. So, du gehst mal weg. Dankeschön. Na, gib her. Meins. Das gehört mir. Und zwar hier, genau. Ich mag die Maske. Oh mein Gott. Ja. Das wird alles sehr spaßig hier. Ich sag's euch. Uah. Hier sind auf jeden Fall irgendwo noch welche davon. Da. Da, 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 da. Das mach schon. So, auf jeden Fall müssen wir ganz viel Licht speichern. Und erst mal Licht bekommen. Das heißt, Damani ist an der Reihe. Beziehungsweise der Gronen. Gronenlink. Ich hab nach rechts gedrückt, ja? So, mach das weg. So. Jetzt muss ich kurz mal gucken, was die ganzen Sonnen hier machen. Ah, da ist schon wieder so ein kleines schwarzes Vieh. Was machst du? Das macht Kiste. Supi. Hallo. So, was machst du? Ups. Du da. Verbrennt. Und du? Verbrennt. Aber hier sind ja noch mehr. Oh, nicht schon wieder. Halt, stopp. So. Verbrennt. Verbrennt. Und. Verbrennt. Hallo, Kiste. Die kleinen schwarzen Viecher tauchen auch immer neu auf. Ja, eine verirrte Fee. Ja, die tauchen immer neu auf. So. Hier ist noch einer. Ach da. Schattenwesen. Geh weg. So, wir müssen jetzt erst mal zusehen. Das wird dort Licht speichern. Na? Länger. Wehe, du attackierst mich jetzt sofort. Warte noch ein Sekündchen. Dann. Hab ich Zeit zu agieren. So. Dann wird das schon mal. Oh, Kiste. Ah. Ups. Erschrocken. Entschuldigung. Ach, ja. Okay, verirrte Fee Nummer 4. Och. Och, Mann. Diese Gegner heute. So. Vollidiot. So. Ah, das wird ja lustig hier. Okay. Da, 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 da. Ich sehe nichts. Nein! Mist. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Na. Je länger wir draufhalten, desto länger speichert er das Licht. Ich mag die Musik. Oh ja, ich mag sie so sehr. Oh oh. Nicht den Stick bewegen. Nicht weiter bewegen. So lange wie möglich draufhalten. So lange wie möglich. So lange wie möglich. Na. Och, Gott sei Dank. Hm. Und ich hoffe, die Riesenblöcke bleiben weg. So. Dann haben wir hier nichts weiter. Denke ich. Oh. Kohle. Oh, Kohle. Sehr schön. Weiter geht's. Ach du meine Güte. Stimmt. Ich glaube, ich gehe erst runter. Falls da eventuell Feen gab. Ich bin mir gerade nicht seh... Wir müssen auch hier irgendwas machen. Was macht der Scheiter nochmal? Oh oh. Nein, nicht davor rennen. So. Nein. Mist. Da müssen wir nämlich furchtbar schnell für sein. Okay. Nochmal. Oh nein. Eigentlich schon fast verkackt hier. Mist. Aber fast. Wenn ich nicht ständig über der Gegend prallen würde. Okay. Nochmal. Ne. Warte. Ich muss mal meinen Blick hier ausrichten. So. Das ist gar nicht einfach hier, ja? Ha. Könntest du da bleiben? Wäre das machbar? Ich lasse den einfach mal hier stehen. Hoffentlich bleibt dann auch das Feuer aus. Ich hoffe, die Figuren sind nicht aus Holz. Das wäre schlecht. Nur zur Sicherheit. Dankeschön. So. Erstmal wissen, wo genau sich diese Kiste gleich befindet. Uäh. Ich laufe erstmal vor dem Balken. Ja. Damani. Also wirklich. Ha. So. Da ist ne Kiste. Hier kommt man nicht rein. Okay. Okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ich hasse den Stick. So. Das sollte doch kein Problem für dich sein hier. Da sind nur Rubine, ne? Ich hoffe es. Ich seh nichts. Nein, da ist ne Kiste. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich wollte zurück. Und das zieht nicht mal Energie ab. Na hör mal. So. Ach, Geld. Rubine. So. Ja. Schaffe ich es da rauf? Tatsache. So, ich muss aber eben mal gucken, dass ich die Richtung gewechselt kriege. Nein, andere Richtung. Ach, weißt du was? Dann halt so. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rüberkommen. so. Nee. Dankeschön. Da rein, da rein, da rein, da rein. Oh, das war knapp. Boah, das war knapp. Ah, toll. Einfach toll. Was haben wir hier drin? Yay. Ah. Ach, erschrocken. Diese Gegner hier sind auch übelst gemein. Übelst. Ja, her damit. Dankeschön. 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 Oh, dankeschön. So. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Na? Ach, jetzt habe ich die Maske nicht auf. Hallo. Ich habe vergessen, wie du gehst. Oh Gott. Stopp. Ich glaube, ich brauche Pfeile. So, greif ihn an. Autsch. So, warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Ich möchte meine Hasenohren. Das geht so nicht. Hahaha. So, hallo. Musste ich mal anvisieren. Warte mal, warte mal, bitte. Warte mal. Ah. So, ich muss hier erstmal in die richtige Position kommen. Au. Die sind mal hart. Ah. 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 Der ist ja mal hart, ey. Haha. Hast du dir so gedacht? Hä? Das hast du dir so gedacht. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berührt das heilige goldene Licht das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels, so tritt eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte. Nun gehe ich dahin. Still und ungesehen. Mit einer Bombe. Still. Na, mal gucken. Na, so leise war das nicht. Dies ist das Gesetz der Garo. Okay. Oh, ja. 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 Freude. Ich freue mich. Ich freue mich. Tralalalala. Denn wir haben jetzt die Lichtpfeile. Und damit können wir einiges mit diesem Tempel anstellen. So, da geht's wieder raus, weil von da... Ne, von da komme ich. Gut. Ich gehe mal auf Nummer sicher, ne? Ach du Heilige. Gibt's hier unten was? Brauche ich hier was? Gibt's hier... Ich glaube, hier gibt's eine Fee. Ja, da hinten sehe ich eine Kiste. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.